Herzlich Willkommen zurück Hallo Zu Left 4 Dead 5 Nein, immer noch 2 Immer noch 2 Ey, auf meiner Verpackung steht 5 Guck dir das an Hast du hier wieder über Nacht? Ja, ich hab über eine Hallo Ich war bereit für das Let's Play, weißt du? Ich wollte direkt vor Ort sein Oh mein Gott Oh, eine schöne Schrift finde ich gleich mal Wow, die zerfettet alles Nice, nice, gut, dann würde ich nur sagen Leg mal los, oder? Oh, hab schon drauf gedrückt Los geht's Ach, sind wir hier auf dem Jahrmarkt oder wo sind wir hier? Ich weiß es not Ja, danach Ja, das könnte schon Jahrmarkt sein Ja, der alte sieht schon wieder einen Hubschrauber der Ach, die suchen den Hubschrauber aus der Intro-Sequenz wahrscheinlich Ihr seid voll die Junkies Yeah Yeah Da kommen immer noch welche Nein, ich mach weiter Oh, Mr. Zunge hat mich Hallo, Hilfe, Hilfe, Hallo Hallo, Hilfe Ja, von wo kommen sie runtergesprungen? Ich hol mir nochmal Munition Das würde ich auch sagen Galle im Glas Galle im Glas, so, gleich mal empfehlen Mh, lecker Hol, jetzt bin ich auf Schießen gekommen Ah, shit Ja Ätzenden Schleim Hier sind Waffen Granatwerfer Hehehe Hehehe Wow, 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 freut mich kennenlernen Aber ich will den nicht Oh, du stehst auf so Dinger, ja? Ja, ich hol mir mal schnell Munition Ich okay Da ist noch einer Gehen wir mal weiter Ich hol noch schnell Munition Ja, da ist noch ein Charter Da ist noch ein Charter Da ist noch ein Charter Okay, ich schweiß Was bist du denn? Ja, hier, ich hab Munition geholt Ich komm Da ist noch ein Charter Oh mein Gott Ja, die kommen halt immer hierher, wo wir stehen Deswegen Wenn wir noch länger hier bleiben Dann können wir die ganze Zeit Munition holen Ich wollte Spaß machen Was lustig ist Ja, so ein Ding nimmt dir sehr viel Arbeit ab Da haben sich zwei gefunden, ja Achtung Was, wie, wo, was, was Wie geht das? Ist das hier eine Bombe? Rohrbombe Soo Sagst du es? Wo müssen wir hin? Sagst du es, wie gesagt, ne? Ja, hier unten rein Ja, sieht so aus. Hallo, ich wollte diese. Ist das verboten, oder? Haha, du Junkie. Wo ist die Axt? Ich höre auch so eine Axt. Obwohl, ne, ich bleib bei meinen Katana. Oh, Achtung, Achtung, Hilfe, Hilfe. So ein Fettsack. Erstmal ne Spritze. Oh, Achtung! Oh, Achtung! Oh, Achtung! Müssen wir hier hin? Ich weiß nicht. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ich glaube auch. Dann unter der Brücke durch. Oh! Jetzt habe ich das falsche Ding rum. Jetzt habe ich ihn hingeschoben. Was hast du geschoben? Ja, und ich stehe auch noch in der Nähe, gell? Ach, ist doch alles gut. Wann ich da was abgezogen? Ja. Was? Ich komm schon. Wo kam der her? Ich habe den gar nicht gesehen. Oh, da liegt ein Katana. Jetzt habe ich es. Was ist denn das? Oh mein Gott. Der ist los, den Granatgas hat er wieder genommen. Entschuldigung. Ein bisschen schade, dass die ganzen Leichen verschwinden. Echt? Ja, das wäre voll witzig, wenn die einfach liegen bleiben. Da wäre ja voll der Haufen. Hast du gehört, was er gesagt hat? Nee, der andere, da war so ein Monster. Das ist immer die Tonne. Oh. Sie lohnt der Brett! Hehehe. Spiel erinnert mich richtig stark an Walking Dead. Gefällt mir sehr, sehr. Ja, aber Walking Dead kam ja später. Ja, ja, natürlich. Ich bin ein großer Fan von Walking Dead. Wie groß bist du? Hehehe. Ja. Ein ganz großer. Alice hat einen Frauennamen, ich gebe dir Schmerzmittel. Alice ist ein Frauennamen. Ja. Danke fürs Ansabern. Ja. Kein Problem. Hier ist eine Axt. Was gibt's denn hier? Ja, mach halt wieder zu. Ich komme, ich komme. Oh. 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 Dankeschön. Siehst mal, wie freundlich der ist. Danke für sich die Tatschen. Deswegen hat er dich geheilt, der wollte dich nur anfassen. Oh. Ey, der hat auf mich gespritzt, also der Sack. Ja, der alte Spritzer hier. Da sind ein Ding. Oh, Medikids drin. Uhuhuu. Geil. Richtig Counter-Strike-Waffen hier. Ja, ist ja auch von denen. Ja, deswegen kannst du auch hier in der Ziel, das merkst du total, dass es von den Machern da ist. Ich nehme mal die mit Zielfernrohr mit, da unten ist noch irgendwas. Ah, das ist, das ist cool. Da kannst du die Munition nehmen. Oh, wie, was? Hast du mein Medikit geklaut, du Penner? Wir haben Brand-Munition. Ne, ich hab schon ganze Zeit selber eins. Okay. Wow. Da zieht mich einer, er müsste auf den schießen, gell? Wo ist der? Ich sehe nicht. Jetzt ist er tot. Okay, die Waffe ist scheiße, ich brauche eine andere. Na, weil du mir gehörst, dann schaue ich dir. Ich bin Spook, echt. Oh, das tut gut. Oh, das tut gut. Ach, du hast diese Scar Age genommen? Ja. Ach, ich finde diese Schlafschutzunggewehr oder was ist das denn? Ja, ich finde das nicht so gut. Achtung! Aua! Ja, hinter dir waren welche. Das würde ich jetzt auch sagen, schaue ich alles in deinen Let's Play Videos an. Ja, dann siehst du den Beweis, dass ich eigentlich nur auf dich geschossen habe. Da war gar niemand. Ja, wir müssen da hoch, glaube ich. Da hätten ist eine Treppe gewesen. Ja, wir sind voll die Profis, wir schießen die ganze Zeit auf uns selber. Aber das ist ja das Tolle. Der hat Fettsack gesackt. Ja. Das ist einfach der Hammer, ey. Wo kamen die Spucker her? Unten. Ja. Geht's hier weiter? Da geht's hoch. Da geht's rein. Oh scheiße. Wir lassen dich voll allein. Ja, da war einer. Oh, hinter mir. Alter, lass mich doch mal nachladen. Da geht's noch eine Treppe hoch. Ja. Gehen wir mal hoch. Also wir würden gerne mal über Sachen ein bisschen reden, aber hier ist so viel reife Action. Ja, ich komm gar nicht zum Reden, ich bin die ganze Zeit am Ballern. Lade nach. Wie du nix gesagt hast. Ich hab gedacht, du hast nachgeladen. Ja, hab ich auch. Achtung. Hilfe! Ja, ich schieß schon die ganze Zeit drauf. Wie ist meine Frisur? Ja, sieht scheiße aus wie immer. Danke, du Rick Ross für Armer. Ja, das ist nicht für Arme, das ist der Reiche. Was war das? Ich hab auf die Leute da oben auf dem Zorn geschaut und hab gedacht, die stehen auf. Monster. Whittaker's Gun Shop. Da müssen wir doch mal rein, da gibt's bestimmt Waffen. Oh, Arsenalo. Oh, hier gibt's ein Laservisier. Oh, ich will so ne AK oder die M4. Guck mal hier, so ne Spaß, so ne Spaßzüge. Laservisiere. Pass auf dich auf, damit das hier nicht umsonst dauert. Hey, Munition! Uh, ne M16, auch nicht schlecht. Hier sind Gewehre. Was nimm ich hin? Ne, das ist ne M4. Ne M4, das ist keine M16. Ich weiß nicht, bei Counter-Strike war es ne M4. Ich probier das Gewehr. Ah ja, stimmt. Dann nehm ich noch Laservisier. Ich brauch ein Medikit. Gibt's hier Medikits? Oder habt ihr alle genommen? Ah, da gibt's noch eins. Ich hab auch eins. Aber das ist so schwer. Ja. Ich würde ja gerne die Schrotflinte nehmen. Noch zwei Pistolen mitnehmen. Hast ja recht. Okay. Soll ich mal sprechen? Ja. Sprech mal mit denen. Hallo. Penner. Ja Cola. Jetzt ne Cola. Oh, wie großzügig. Wir haben eh schon genommen, weißt du. Da brauchst du nicht so tun, als ob wir nichts mehr nehmen. Also entweder ist das Spiel zu leise oder es ist zu laut. Perfekte Einstellung gibt's nicht. Wittaker wird diesen Tankwaren zerstören, um den Wegen frei zu machen. Öffnen Sie die Ladentür. Hat ne FPS Störung irgendwie. Ich nicht. Also wenn du willst. Also ich weiß, dass wenn du reingehst und das Ding holst, geht ne Alarmanlage an. Und der, der die Cola trägt, der kann nicht schießen. Nick, geh du hin. Der macht das nicht. Entweder du oder ich. Okay komm, ich öffne die Tür. Da gibt's ne Feuer. Hat wohl jemand schon das Spiel gespielt, hm? Ja, ab und zu mal. Noch nicht durch, aber... Hier ist die Cola. Gegen so'n Sixer? Will der mich jetzt verarschen? Ey, jetzt ne kühle Cola, ich werd auch dafür Zombies töten. Kommst du Cola, Mann? Aber ich kann wenigstens wieder Cola noch zuflagen. Wenn du einfach läufst, dann sind wir glaube ich schneller. Das gibt's doch nicht. Ach scheiße. Komm mal raus. Draußen hab ich mehr Platz. Ja, was mir nicht alles für ne Cola tut. Viel Spaß. Nein, lauf weiter. Wenn du weiterläufst, dann... Ja. Also echt Jungs, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Ja, das bin glaube ich immer ich. Ja. Aua. Hallo. So gierig auf die Cola. Ich sag doch jetzt ne kühle Cola. Hab ich doch. Ja, jetzt da unten dieser Tanklasters explodiert. Achso. Hast du wieder Randale gemacht? Ne, für seine Cola hat er alles kaputt gemacht. Warte mal, Randale Ralf ist doch... Ralf reicht's, ja? So sieht's aus. Oh ja. Aber ein süßer Film, muss man sagen. Echt ein cooler, beim Filmfilm. Jawohl, der hat grad die Pätschwinge. Wir hätten uns glaube ich vorher Munition holen sollen. Ich hab noch 260 Schuss. Ja, 310. Hab mir ne Rohrbombe. Jetzt. Ah, hier gibt's was. Scheiße, jetzt hab ich aber den Weg. Was ist denn das? Was ist denn was? Ich hör hier die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund. Was ist denn was? Ich hör hier die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund. Was ist denn was? Wie das kommt, weint da jemand. Oh, die gibt's nahe. Wo? Hier vorne, im Zelt. Komm ruhig rein, mein Zelt. Oh, dein Zelt. Ich kann den kleinen Knarren besetzen. Stürf auch keinen, oder? Nö, mich stürzt nicht. Ah, die Autos, die blinken, die haben Alarmanlagen, gell? Da hinten ist diese... Was machst du? Ah, du Hero-Junkie. Das ist die Tussi, die heult. Die können wir einfach umgehen. Oh, der hat ihn. Guck, dass du die Tussi nicht triffst, die, die weint. Da hinten. Keine Zeit für den Scheiß. Rein da. Nichts zu sehen. Kein Ver... Ach, du verpissbarer. Okay. Wow, Nick hat die meisten Infizierten getötet. Ja, ich bin Tankschlechter. Ja. Ach, du Tankschlechter. Oh, du, 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 du. Ah, Kämpfer. Gerade jetzt war ich nur bei 13 Stück. Die Ladezeiten sind unglaublich kurz in dem Spiel. Oh, schöne Scharfschätze. Aber ich find's doof, dass man... Hier unten liegt noch... ...Brandmonitieren. Ich würd sagen, bevor wir weitermachen... Machen wir ne kleine Erholungspause. Ja, genau. Erstmal ne Cola trinken, Jungs. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.